dass die kriegst du das hin das jetzt in den einstellungen umzustellen damit orange angreift und lau verteilt niemals wie geht das ich sehe halt hier wie orange ne ja perfekt hast du hinbekommen ich hoffe ich schreibe mir schreit so 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 also wenn alle da sind alle hälften sind bei uns können wir starten bei denen sind bei mir zumindest und im stream alle drin hälften sein spender sein ich habe meinen haken auch mal also meine stream auch angemacht wo wollt ihr als erstes denn hoch oder runter was sind wir denn überhaupt klub aus werden jetzt im start also haben wir beide hier geschehen ok ja ja ich weiß ich klub aus spielen wir halt alles auf jeden fall wird Mavik gewandt genau haben die viel mehr Mavik gespielt nö der war gewandt also ist halt scheiße wenn du oben hältst und unten ist allgemein scheiße und von uns spielt nicht einer und der den spiel spielt nicht gut wenn einer spielt ja ja ich bin zu blöd dafür jostin kommt immer drauf an flo hab ich noch nie spielen sehen ich bin ich sie für alles zu blöd ja die banden sich selber kappi das gefällt mir also wand eckte falten habe ich gehört schaffen das seien die banden jetzt jäger das wäre natürlich richtig mies ja band denn bitte jäger da hab ich schon mal was wenn man wenn man gegen joysticks spielt ok leasen also wand eckte falten müssten wir hinkriegen also ich würde jetzt sagen wir gehen als erstes nach oben ja ja ich kann gerne banded spielen jäger band oder na krass witcher? ja kommen wir mal mit schreck wir roben ja eh nicht so hart ja ist ja halt nicht notwendig eigentlich außer wenn wir unten spielen könnte man also nochmal ich kann gerne banded spielen oben dann kriegst du das hin elf? ja gut dann hast du deine rolle gefunden ok na patrick ähm schneller 3 2 1 passt brauchen wir ein schild? brauchen wir ein schild? ne eigentlich nicht gut dann kannst du wechseln so kommt jungs let's go ich mach zwei garage render ich geb dir dann ok mach die render mach ich zwei render die haben ne switch 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 fährt sich zum schlafzimmer herum ok dann fangt die ab nicht dass die ADS kaputt macht die ADS sind Collins Lebensversicherung also sie müsste die tier hier reinkommen Justin bei der ich hab eine cam mal ok ich mach nochmal auf passt aber was so garage machen wir jetzt auf unten monti garage store also ja du sagst bescheid wenn du Hilfe brauchst ne ja ihr könnt gerne die die sind anscheinend alle garage gesporen main stairs main stairs kommt die twitch die ist drin hier garage ich hab die twitch warte ich mach das dann geh mal bitte ein für mich auf main stairs switch kommt rein hab ich ich könnte den einmal wegsmoken ich könnte den einmal wegsmoken mock den mal weg position der weiß sopia weg sopia weg der monti hat ordentlich hits ja monti ist outside im los bitte noch hits noch mehr hits ich werde gespottet in der garage ich glaube monti ist down monti ist down bei der garage store nee resettet bitte ich gehe jetzt richtung patrick von hinten helfen da kommt noch nix also vom wunde ist alles free habe eine drohne soll ich dir noch schnell ich habe eine termite ich muss alles für vor den fenstern auch nix die rotieren jetzt die rotieren jetzt also haben wir safe einfach 20 sekunden abwarten haben wir also die haben so viel zeit mit der ball zu mir geguckt hat also sehen wir uns habt ihr gut gemacht also die stand gerade zwei minuten vor dem vor der doppelwand und haben versucht die aufzumachen eure fix jungs ihr verbleibt soll ich weg wieder echo was euch für ich nehmen dann kann da macht du zwei clubs ja auch noch richtig dann mache ich den einen blut ich mache ich die church wende falls die noch keiner gemacht hat ich mache es euch beide dann mit church wende dahin ok oh mein gott ist fertig ich mache Ich kann sich auch da oben in die Ecke machen. Ich weiß, ich warte lieber. Wenn ich das jetzt mache, dann... Ich hätte schon jetzt auch gedacht, ich kann den Flo einmal ins Warten. Muss ich wieder aufstellen. Monty, Garage. Monty Garage drinnen. Oben Garage, am Steg. Monty läuft oben herum. Haben wir eine Cam Richtung Mainsteads? Sehe ich gerade keiner. Ich sehe auch keine. Bar, wie sieht es in der Bar aus? Du, Drop auf. Habe ich gerade keinen gesehen. Andere Seite auch hoch machen? Bar sieht gerade vor ihr aus. Sehen wir aus, was wir kämen. Bar ist einer, Monty ist ganz ganz oben. Thatcher ist Bar. Cullen, du hast das hier? Ja, ja. Gut, ich gehe rüber ins Shirt. Ja. Ja. Die Bar macht jetzt... Die Cam sind da. Ja. Macht bestimmt da drauf auf. Ja. Bar Tetschopper geht auch. Ja. Haben die einen Termite, was ist einer? Keine Ahnung. Ahnung. Weil ich kann halt noch immer Church zu machen kommen, ne? Wir wollten gerade Pinkstrom. Alles gut. Ich gehe wieder in die Cam. Eine Tetschopper. Könnte auch gelaut sein. Ich habe einen Memorial Dopp, habe ich noch. Geh nicht peeken, Nico. Ehh. 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 HIT. Ehh. Blue. Blue. Hi-Banner. Jaaaa. Ehh. Ehh. Nochmal. Macht mal anders dann. Mit von der Idee. Alles gut. Wand gar nicht verstärken, sondern öffentlich dann einfach late. Alles gut. Hier ist Wand? Ja. Ja, ja. Haben die halt Pressure von der Seite, das ist ja. Ich muss von der Strohflente runter, Alter. Gar nix zu kommen. Sollen die Leute durch action oder so? Ich bin ja da. Ich bin ja da. Protect the bombs. Reinforcing one! Hm. Jetzt kann der Nozzy mal aufschießen. Aber eine KM. Sehr schön. Hat jemand noch Stacheldraht für Blue oder nicht? Ja. Dort haben die auch. Garage kommt schon wieder was. Garage Monty wieder drin. Die sind oben schon bei Stock drin. Hibana auch Garage. Die sind oben. Guck mal, doch. Da ist wieder 2. Na, ne, keine Män, keine Mänzert. Die sind jetzt im Kitchen drin. tschüss ok mein zerst glaube ich oder so ach es ist mein zerst drop geht auf, charge drop ist auf nein der bluedrop ist aber noch zu montis manro muriel die haben getätert bei uns monti weg monti weg memorial ist ein termite immer noch termite immer noch termite immer noch termite ja die plan geht durch die rotation macht doch mal irgendwas anstatt nur irgendeinen winkel zu halten zwei memorial du kannst die flanken du kannst beide flanken flanken hibana ist klaus rechts hinten hibana noch einer noch einer noch links rechts von dir natürlich klaus links mit go no nicht ora auf Jetzt können wir wieder bohren. Es wird ein Spick-Off Bandit. da kommt da, da geht man dazu da Be advised, a bomb location has been compromised. What are you doing, guys? You're on the run. 10 seconds. Loading new magazine. Five seconds and counting. You can stop worrying about grenades. Bomb located by off-4. Garage is open. Garage is open. Here is a camp. Monty is open. Here is a camp. One camp is open. One camp is open. Monty is open. Here are camps. One camp is open. One camp is open. One camp is open. The one is open. Here is one camp. Blackbeard is the front. The one is going to go there. Up, up, up. Scream! What are you doing now? You're going to go there. Monty is open. Monty is open. Blackbeard, Blackbeard bei der Tür! Blackbeard bei der Tür! Garagentür! Das ist Blackbeard. Ja, Bridge ist auf. Problemkorde. Ich geh wieder an die Kuss noch, meinst du das? Ich guck hier mehr aufm Bridge. Ja. Ich komm halt nicht weg von meiner Position, das ist das Problemkorde. Hängt der Kopf über? Nee, ich komm da nicht mehr weg, Alter. Fuck off, Alter! Ich hab alles auf jetzt. Blackbeard tot, Blackbeard tot. Sehr schön. Bridge, was ist da noch mal? Einer Bridge und der zweite, keine Ahnung. Die Camps verraten uns jetzt auch nicht so viel. Rund, drin, drin, Bridge drin. Wo genau? Genau. Rund, im Server, Standard-Ding. Rund, vier wer. Kann ich immer noch hintersehen. Der plantet einer. Happen, letzter draußen am Bridge. Wir sehen, wenn er reinläuft. Er ist hier drin? Genau. Oh genau. Äh, doch! In Cache, Cache, A. Aufspielen, auf Ping. Ja. Der plantet durch, plantet durch. Noch immer dahinter, noch immer dahinter. Jetzt Richtung. Construction, drin. Jetzt Construction, drin. Weg. Weg. Rechte Seite. Wenn man noch recht? Nein, die Chemie, das können wir nicht sagen. Eher links, eher links. Jetzt. Linksseitig. Weg. Bei der Wand, bei der Wand. Nein. Keine Ahnung. Ja, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe einen neuen Controller. Ja, tschüss. Schade. Ich habe einen neuen Controller. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es liegt nicht an mir. Er macht einfach mal einen Free-Six, die ihm ist. Im Kampf. Es liegt echt nicht an mir. Scream, was aimst'n du ab? Was hältst'n du? Ich bin grad im Campgang. Oh. Oh. Na, guckst du hin. Der hat den Preach abgeämt. Rechtzeitig und dann C4 irgendwann. Ist da ein Kabel dran, Justin? Nein, ohne Kabel. Der ist komplett neuer Controller. Das hat mich ja gewohnt. Das hat mich ja gewohnt. Weil jetzt geht ja wieder alles auf einmal. Der Controller wurde zu nervös. Ich habe eine Drohne. Ich habe eine Drohne. aber dabei das Fenster, damit sie nicht einfach rein springen kann. Dann höre ich vielleicht was. Ja. Danke. Versuch dir das Ganze zu halten. Ja. Wie gesagt, pass auf das Drohnenloch bei dir auf, ne? Nicht, dass sie sich durchstellt, ja. Ach. Ich habe einen Schuss hinter mir. Ash, hinter mir. Ne, unten. Brotst. 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 Baut ich ihn den Anzugern. Monty ist wieder drinneckt, Garbage. erste termite weg Tür geht auf Ja, er ist immer noch unten in Lobby Garage drinnen, Garage, unter mir Ja, hat die Köln Monty auch drin Ich glaube, die sind von der Doppelwand weg, Jungs Ersch hat Hits, gute Hits Ist der bei mir? Ja, ich bin bei mir Ersch war noch unter dir B Fenster Ersch ist gerettet Ersch ist gerettet Geach geht auf, Geach geht auf, Geach ist auf Ja, fuck off, Alter Mann, ey Ersch ist immer noch unten gedowned Ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich Können wir surrendern Da müssen wir einfach so vieles machen Hab einen Ersch ist da unten immer noch gedowned Ich bin tot Ersch Er ist von B-Fans, oder? Garage attached Vor der Doppelwand Vor der Doppelwand 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 Was? Da ist ein Bahner drin, ey Das ist ein Knappier, oder? Oh, Mann Sorry Ach, Mann Ja 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 Kommt schon 4-2 Und dann gehen wir in den Swap So wie wir spielen können wir von mir aus 6-0 in Swap geben, verkackt uns trotzdem. Das ist komplette Scheiße, was hier gespielt wird. So soll ich hier meine Tür zumachen? Nö, warum? Denk nur am Breach, ich kann mich halt nicht... Ich hab halt Dauerpressure und dann... Den Breach konnte ich lange halten, aber dann nicht, weil ich halt wieder von einem Fenster und keiner mich abgehämmt hat. Ich weiß halt nicht, wo ich mich alles positionieren soll die ganze Zeit. Ich bin nur am Rennen. Hm. Wie gesagt, ich versuch Breach so lange und gut wie möglich zu halten. Ich bin aber auch alleine hier. Stark. Stark ist auf und wird geträumt. Hapticam. Wir legen jetzt irgendwo an. Dings geht wieder auf vom Fraxion. Stark. Fraxion ist wieder auf. Monty ist drin. Kör mal direkt an. Ja, Ash wird unten wieder aufmachen. Links. Kör mal weg. Kör mal weg. Vielleicht braucht noch keine Hilfe in Dingscavage. Na, ich bin wegen Ash, dass ich hier auch unterdrücken kann. Ich hab 17 HP. Ja. Ist halt Ash. Und keine Bandit mehr. Monty ist drin. Ja. Ja. Immer noch Ash. Ich muss vom Breach weg. 20. Ich bin vom Breach wegflogen. Ich bin vom Breach wegflogen. Ja. Jetzt bin ich halt am Arsch. Das Problem. Seht. Ja. Ab Ash. Werd ich. Ja. Und die ist außerhalb. Vielen Dank. Wir können die garage noch vollen. Garage, hier ist Y важно drinnen. Körner? Monty, aufs ули wishes. Y banco zum Fenster. Ein paaron da gäbe. Ja, die Banner ist am Fenster, ein paar Tits. Die Banner ist immer noch um am Fenster, ist jetzt drinne. Spiel safe. Sie ist rechts von hier gewesen. Alles gut. Die Betriebe in Cashbränden. Sehr schön. Nice. Ich habe ihn. Ich bin oben. Woher wollt ihr rein? Wollt ihr über Garage oder über Schlafzimmer? Mal gucken, dass wir die Wand rauskriegen. Dann stelle ich meine Drohne mal in die Garage hin. Garage unten. Ella. Jäger. Ich glaube, Doc finde ich richtig gesehen. Jäger. Jäger. Alter, ich habe doch mal einen Scheiß-Born angeändert. Maestro Mute. Ella Maestro Mute habe ich gesehen. Und ich glaube Jäger. 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 So, Een. Jäger. 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 aufmachen warte wir müssen das teilen kohlen gegen die wand ich erst einmal tätschern so jetzt hat ein ist dann rein noch mal was jetzt die haben das jetzt keine rotation eine meiste weg ja die jute ist jetzt verpackt schon bis jetzt wieder richtung garage maestro fitness ist der jäger nico eben das fans gab du könntest ihn von dem anderen fenster wahrscheinlich piken wenn ich in markt geben wir haben jetzt nicht mehr ja das ist eine andere ecke das sind die max da steht er immer noch hat jetzt auch meine können der ist aber noch nicht immer kurz meine drohne ich seh den halt nicht der liegt da Mainz ist aber noch einer voll hin Ela kommt ficken Ela ist doch von der Wand Ja hat mich Ja Ja der Drop ist halt aufgepackt bei mir ich konnte hinten nicht droppen auch scheiße wenn ich den da auch von der Mainz ist was denn ist Marcel sein oder Kurzsatzplatte also Nehmen wir auf Thatcher Patrick gleich ja ich darf auf Thermad gehen nicht auf Thermad oder ich nehme auf Thatcher weil die gehen jetzt sowieso sag mir was soll ich denn Thatcher da schauen ja die Frage ist wieso hast du jetzt Fuse weil random war ja genau weil ich Marcel nach mir geguckt habe ja du knurier es doch einfach alter tja boah ganz ehrlich ganz ehrlich we need to locate a bomb lass einfach Liga aufzuhören ok lohnt halt absolut gar nicht mehr ich würde tatsächlich auch schon ein paar mal überlegen die gehen jetzt nicht wegen den random fix in der Liga meint es lohnt es lohnt sich halt echt immer es wird eigentlich nur noch scheiße gemacht richtig heller heller ist aber immer noch schlechter insertion in 10 seconds insertion in 5 seconds we can wir können auch gerne im Bimbo Liga spielen Garage ist clear aber das bringt ja Klaus ist ok jetzt aber nee Klaus rechts wenn du reingest Klaus rechts ist jetzt der Jäger jetzt hinterm Motorrad in der Garage mehr links mehr links ich mag ihn ja ich bin da genau mit dem motor geht jetzt wieder raus bei den bloß das ist an dem bloß das da ist noch was haben wir meine kem geholt konstruktion tropis auf ihren dann ist oben immer noch im blu nach richtung sterben es ist der unter kärschel ist gerade auch hier elan construction Die ist Klaus, die ist Klaus, die ist Klaus Ja Ja, die pusht mich einfach, ja Ja Kitchen ist frei Die war Blue Der Dropper geht auf Einer von Blue, jeder Mainstest, frei Wie sieht es in der Bar aus? Bar habe ich jetzt sofort keinen gesehen Nein, Bar kannst du aufmachen gehen Ja, Blue müsste frei sein, aber Smoke ist halt eine Transporttür Mit Pumpe, close Ja, wir haben noch 42 Jungs Memorial frei, Tür ist verbarokadiert Bandit und Spot bei Habt ihr erste Yo-Kai, habt ihr erste Yo-Kai? Ich gehe auch über Blue Ah, das wird kündigen Oh, egal Ich blende Ich blende Smoke direkt bei der B-Bombe Auf Ja, Bandit in G-40 Durch Okay, gut How-Way, How-Way, unten, hinten, unten, Standard-Fam kommt, der Bandit wieder pieken Hier kommt Klaus vor Geht wieder ein Stück zurück, kommt wieder pieken, kommt wieder pieken Ist Klaus schon Ja, Onspot, beide Onspot Letzter kommt Tür, glaube ich Nee, Bridge, Bridge Wir sind Blue Und ich seh nix mehr Er muss entschärfen, Colin Egal, da hat keine Zeit mehr Nice Also, was heißt nice, ich sag mal luck Sagen wir mal so, es hat Sinn gemacht, dahin zu rotieren, die Wand aufzumachen, zu blenden und die Claymore hinzusitzen Ich sag's mal so Ab dem Zeitpropo Flo gefallen ist, war mir alles scheißegal, ich bin nur noch reingerannt Jetzt nicht weil Flo weg war, sondern allgemein, weil mir einfach auf den Sack geht Tja, ich versuch's wenigstens noch fertig zu spielen und ordentlich fertig zu spielen Ich versuch noch 40 Augen und alles Mach ich doch Ich hab auf Call von Scream gehört, ich hab gesagt, dass Smoke dort ist Das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich mich gemutet, dann wär halt komplett blind reingerannt Ja Ich hab verpönt Kann jemand ne Cam bei... Naja, hat eigentlich keinen Sinn Naja, jetzt ist erledigt Ich wollte Cam zu oben bei den Stairs abstellen Lass meine Cam in... Ja, jetzt ist erledigt Ich hab meine Stairs über E-Stairs Also ich hab meine Main Stairs Ich hab meine E-Stairs Main Stairs bis jetzt noch keine auch E-Stairs auch nicht Dann geh ich gleich Gym rein Main Stairs war free Ja, ich geh Gym rein, Nico, heute bin ich's, ohne Scheiß Weil jetzt ist das auch alles free, dann geh ich halt Dinger rein Ist der, ist auch frei Garage ist... Garage ist... Garage ist auch noch fair Gut Einer, Richtung Main Stairs, Richtung Main Stairs, Richtung Main Stairs, im Bedroom Hab ihn grad gehört Construction Bandit Nein, Jäger Ich werfe ne Drohne nach Das ist ein Money, Ratitz Ja, ich komm schon von hinten mit der Drohne Kitchen ist nix Construction ist nix Er doch links, genau beim Dropper Ja, ist jetzt rechts, rechtzeitig Ja, ich geh schlafen, mal schlafen, mal schlafen Lass weg Beim Bett Hinter dem... Ja, ist sowieso auf Ping Komm vorne zu dir, und doch nicht Wieder zurück, guck nicht zu dir Down, 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 down So, hör mal den schon mal So, hör mal den schon mal Und nen Bardrop bauen wir Bardrop kann ich auch machen, mein Barfree ist Aber ich denke mal Ja, jetzt wird alles fliegen Gut, Bardrop geht auf Hab jetzt keine Charge mehr Ich hab jetzt keine Charge mehr Ich glaub es uns nicht Oh mein Gott Ja, naaah Ich hab grad die Camille holt Ich stell mir mal eine Drohne zwischen, äh Stair, also die Stair Storage Stairs Hinten bei Blumen Hier ist unverstärkt Ich hab in der Blue Stars Camp Wir haben jetzt drei An in Richtung Blue Stars Ja Ja Ja, fahr ich mit der Richtung Spot Gut Könnte mal dann an Mario Lippe so drohen Bin ich grad dabei Ja, Bennet ist Klaus, Bennet ist Klaus Greif Einer, einer müsste dann in, äh Main sein Lock Bandit Nice, 15 Hab noch einen Sehr schön Splente Eko ist auch da, Eko ist auch da Nice Jungs Puh Boah Zeitmanage Mhm Weißt du wie deprimierend das glaub mit dem Scheiß zu viel ist Ich mach das jedes Mal und werd jetzt so geholt Hab noch nie zu viel so nah an meinem Gesicht gesehen Ähm, ich geh auf Thatcher Ja So erschrocken Wieso rauben der das zivier geschmückt Ja, ich hab einen Drop aufgemacht Und als der Drop aufging kam es gleich schon hochgefahren Achso Ich hab grad die Cam noch geholt Paulian? Ja, das ist so Ja Ja We need to locate a bomb We need to locate a bomb Oben Oben Ola Ich geh ja diesmal den Drop auf Das wär cool Das meine Cam ist drauf Ich hab meine wieder ein Tim rein Oh Man steht schon Stock I don't know Bleib hier, bleib hier Okay Okay Weißt du, dann versuchst du über Off-Star sowas zu machen, Alter Dann fällst du durch den Drop und bist wieder hochgepackt Wer kennt das nicht? Schren, Bro Vielleicht denkst du dir auch so der Roll? Dankeschön Aber halt alles free Die Wand ist soft, weißt du? Hm Construction Ball ist gerade soft Stock noch immer frei Jäger ist unter Kann ich auch machen Fisch vor Stock gewesen, meine Cam ist weg Ich renne gleich über das Dach Richtung Construction Sehr schön Construction auf Ich hab's explodiert Das war Construction Construction ist auf mir Genau Hab meine Claren Blue, es ist Ela Blue, es ist Ela Mit der Flinte Hier ist die Ela Ja Wie sieht's in Trümmer aus? Ela ist ein Trümmer aus Ela ist ein Trümmer, so warte Ich drohne für dich Äh, ich hab's hier die roten Fußspuren Hier ist Gerritsprung Bandit macht Active Trick Nein, die Scouts, die Scouts, die Pik ich Sehr schön, Jungs, sehr schön Noch einer, hier zwei Nee, ne Quatsch Nee, Quatsch Ich fahr ich zur Garage Maestro oben Genau oben Genau oben Erst bei der Garage Könnte Sophia mal kurz rüber kommen Und damit wieder die Wand aufkriegen Bandit macht nämlich Active Trick Wir haben nur noch 1,30 ne? Maestro ist in der Garage Jungs Mh In das selbe Spiel wie eben Ich thatcher einmal Bis die thatcher hochgeht und dann geht's los So, let's go Structure Hat abgefangen Kannst du deine Concussion reinhauen oder sowas? Ich kann jemanden scannen, Leute Ich kann von unten Komm, wir gehen rüber Ja, ich kann den Thron Warte mal Maestro ist immer noch in der Garage Ja Wie gut ist hinter dem Kasten? 20 Minute Ja Colin, was ist auf? Immer noch in der Garage Ich kennst du Soll ich mal smoke? Äh, ich bin gerade überlegen, ob ich mal das Fenster so reinspringe Vorne die Wand ist offen Okay, da ist Colin Garage war der Maestro Ich pushe jetzt rein Bandit weg Maestro am Fenster bei Garage Ja, du hast Thatcher, Thatcher Genau in der Mode Thatcher Nice Ja, Maestro ist aus dem Wind Kannst du das mal früh feiern? Du musst blend Komm schon nicht rein Ja, end mich ab Mario Plan gesprungen Ja, ich kann den Bericht nicht durch Ich kann den Bericht nicht durch Ich kann den Bericht nicht durch Ich musste warten Und der war direkt am Fenster Und der war direkt am Fenster Wenn ich umình Wir brauchen einen Bomben Ja, wir sind da oben. Ja, ich glaube, wir sind okay. Ich meine, ich kann wieder im Jumper das dock noch mal voll eine läuft hinten über fitness rum die konstruktion ist jetzt mal verstärkt mobile fitness wenn er das klaus an der wand ich war immer offen badezimmer badezimmer ist jäger badezimmer und zwischen construction ist muss morgen 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 jeder vor der neuen badezimmer jetzt war das mal genau beim badezimmer duschen im badezimmer rechts so ist sehr schön ja ist halt auch gezogen ist auch zurück dort bei es offen durch die wand auf was auf die tür heute von ihnen auch noch mal was ja ich mache von hinten auf dann bitte bitte übernimm mal eine cam hier unten für den dropper ich komme eben hoch ich habe noch vier zu jetzt welke weg ich kann jemanden scannen bonte ist auf ich habe eine welke cabin construction habe ich habe ich habe ich hättet der bombe maja so hatte und einer mit dem mit märz mit märz mit der sma ich renne gleich durch auf dem tisch und plante jungs ane das macht das hier dann hier hier durch rennen durch renn bei nico richtung tisch ich habe die tür ich habe vielleicht aus 45 durch die hier für wendet an der tür wende kommt wendet ist immer noch richtung tür hat die kam eine kämpfe hunderte fangen im die die sind über die die da dem Sorry, mein letzter Call war halt in der Tür direkt bei meiner Camp Wo? Das Schild war halt saugut für uns, ne? Eigentlich Ich weiß gar nicht, wo... Das Schild stellen sie da hinten, aber spielen sie halt nicht aktiv, ne? Doch, da war Belki, aber die hat instant ein Headdy gepressen Ach so, okay Und dann waren wir alle schon drin Ja, dann stand ich hinterm Schild am meisten zu holen Wie ist halt der Job mal vorzugehen? Da bin ich dann wieder oben Ja Das ist ja der beste Skipper, oder? Ich sag was du willst Ah, jetzt machen sie die Wand zu, lol Okay, also über Office können wir nicht mehr rein Ja Kennen wir schon Dork, Dork und Dora Ach so, wir haben schon mal in die Wand, das stimmt Ja dann Mit Castle Die Castle sogar Die Castle in, äh, auf Flats Jäger, Dork Irgendwas mit Flinte Ja Haben wieder Ella Ich hab mich halt vorne angelegt Ich hab mich halt vorne angelegt Bandit Ich spiel wieder an der Bandit Das ist mein, hier Bandit Einer, einer ist wieder im Gym Die haben da diesmal nur Notation drin Ist der Castle Okay, dann mach ich selber da auf Hat wahrscheinlich meine Cam Hat doch meine Cam geholt Hat doch meine Cam geholt Schwarz, ey, auf Ist Klaus, du Kontakt Direkt vorne mit Flinte Ist durch die Rotation Sehr schön Sehr schön Direkt an der Construction North Close links Hängt einer Construction North Close links Sind die Bahner vielleicht mal gekommen? Hier, auch noch Irgendwas wurde angeschlagen Das Fenster oder so Ich hab das Fenster geschlagen Screamer, stell dir mal ne Cam Richtung mehr ins Das, dass der Ella auf einmal kommt Jetzt scanne ich mal den Jäger, der ja an der Tür war Er ist noch Klaus an der Tür Ela geht onspot Ela geht onspot Ela ist onspot Könnte aber Klaus an der Tür sein Niko will sie mit Ash mal kurz runter gehen und gucken, ob da einer beim Dropper ist Ich bin da, ich hab da ne Camming vorgestellt Ich hab ne Cam, ich hab ne Cam dafür, die kann Patrick übernehmen Ja Ich mach auf Construction Ja, der Bix ist der Jäger Nein, ich mach auf Er ist weg Dann nicht Vorsicht, ich flashe einmal rein Flo Hm Flashe nochmal Ich mach die Wand jetzt auf Ela Ela rotiert Ich bin in Garage Ich bin in Garage Hinter der Bombe, Jäger Jäger hat Hits Ela kommt von hinten Ja, ja Hinten hab ich Ich muss vorne jetzt was machen, Leute Dogwag Jäger hinter der Bombe Ja Hab ich Banditwag Die auf, die auf, die auf, die auf Blende, 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 Blende Danke Das ist bei mir, ja Half 45 Off ist, off ist, off ist Durch Sehr gut Sehr schön Einfach über Garage gesneakt Ich liebe es Ich bin sofort hier da Puh Schönes Comeback Zum Schluss haben wir dann doch wieder gut zusammen gespielt Muss ich ja jetzt mal an Lob aussprechen Ich bin trotzdem kacke, dass es immer so spät wird Ach, da habt ihr gemerkt, jetzt war es auf einmal nicht mit dem Controller, komisch Ok, Arno, weiß nicht Ja, ihr könnt schon starten, ich bin gleich wieder da Gegner-Team ist raus 2 Leute Oh Verreicht's denn jetzt nur Leute aus, oder? Ich sag ja, irgendwas stimmt bei mir nicht Ich weiß es nicht, keine Ahnung Wie ist das? Wie ist das? So, die sagen irgendwie gar nichts, ah Scream ist gerade kurz gut, ne? Ich muss da rumstellen, oh, Kursland. Ich geh schnell pissen. Ich weiß es gar nicht nach wieviel Minuten die, ah, da ist sie da. Geh ich mit? Ghostline, Ghostline. Wer muss jetzt angreifen? Wir. Das darf ich jetzt einfach mal so. Ich glaub, wir müssen nicht sicher. So, wenn wir das jetzt aufrechterhalten können, wie wir gerade auf Clubhouse zum Schluss waren, dann haben wir jetzt ein E-Game. Aber das müssen wir aufrechterhalten. Ja, richtig. Wir werden eh auf Co's kleinen Ding spielen. Bulky, Pulse. Oh, Bulky einfach mal an Bann. Können wir mal machen. Ich weiß nicht, ob wir die so großartig spielen. Ich weiß nicht. Ich sowieso nicht. Deswegen, weil Bulky vielleicht nervig ist, dann müssen wir halt den Zeichen spielen. Weil deine Camps eh scheiße sind. Nein, ich weiß nicht. Ach, nein. Ach, du bist auch noch okay. Boah, ich geh mal kurz eine Kopfschmerzen. Ja, genau. Tablette holen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube nämlich, die dürften eigentlich schon längst, äh, draußen und dazwischen dürften eigentlich nicht so lange sein. Wir haben auch eigentlich keine Art gemacht, ne? Deswegen, es gibt aber eine offizielle Regel tatsächlich. Ja? Um wie lang? Weiß ich nicht. Okay, ich blätter mich durchs Regelwerk, gar kein Ding. Ich konnte doch schon auswendigen, ne? Noch nicht ganz. Ja, wir haben doch 6. Season Cup, Ersatzteam, ja. Ersatzteam, Leiferfragung, Vorsprüchen gesperrt, Operator ping, bla bla bla. Ausnutzen, Verspätung, nicht erscheinen des Gegners. Könnte das da drin stehen? Ich weiß nicht, irgendwo steht es zumindest. Pausenzeit, 2,19. Die Pausendauer zwischen Maps darf nicht länger als 10 Minuten betragen. Sollte nach einer Wartezeit von 15 Minuten das gegnerische Team nicht bereit sein, verliert dieses Team die Map. Ausnahme von dieser Regelung müssen im Matchup festgehalten werden. Ich guck mal kurz ins Matchup, warte. Letzte Nachricht, 19.02, Einladung bitte. Ja, da steht nichts vom Weg. Also haben sie jetzt noch 3 Minuten Zeit, aber wir müssen noch 8, 7 Minuten warten. Ja, 8. Ja, genau. Wenn er 15 oben steht, dann haben wir nicht alle da sind. Genau. Dann haben wir gewohnt. Und da die ja so toll... Ja, dann musst du halt mal rechtzeitig da sein zum Beleidrücken. Tja, dann komm ich jetzt. Ja, dann müsst ihr halt mal rechtzeitig da sein. Und bereit sein. So, und die haben dann halt verloren, weil das ist explizit in Regeln hier festgehalten. Richtig. Dann hast du aber noch einen Screenshot davon machst, ne? Ja. Punkt 15, sofort screen. Und ein Screenshot, Alter. So, ich hab jetzt, ich mach jetzt erstmal ein Screen hier von Regeln. Zeig. Weil musst du ja dann auch gleich mitbeifügen. Ich schick das jetzt einfach mal in die Gruppe rein. Aha. Ach, da ist er doch schon. Aber noch sind nicht alle bereit. Und direkt wieder ein Controller Disconnect. Ja, moin. Er kommt rein, Controller Disconnect. Würde ich jetzt sagen, er hat einen Controller gehackt, oder wat? Easy. Unabbruch. Wir sind alle ready. Hat Patrick eingestellt, dass wir wieder angreifen? Weiß ich nicht. Ich hoffe doch, Colin und Justin, ihr lieber mal Haken rein. Weil, dasselbe gilt auch für uns, by the way. Bei mir haben die noch nicht alle Haken. Ja, bei mir fehlt auch Cut Your Life. Aber trotzdem, für uns gilt dasselbe. Das heißt, wenn wir dann schon ein Screen machen wollten, müssten bei uns halt auch alle Haken drin. Bei mir sind jetzt alle Haken drin. Ja, bei mir fehlt der von Colin und der von Cut Your Life. Im Stream sind sie alle drin. Wir fehlt noch blind. Ne, jetzt fehlt noch Colin. Im Stream sind sie alle drin. Wir fehlt blind. Ja, es ist scheißegal, bei denen sind ja alle drin. Scheißegal, ob Colin jetzt fehlt oder nicht. Nein, ich bin da. Ja, hau rein. Ja, hau rein. Wirklich? Spaß. Du bist manchmal echt schwierig, ne? Ja, bei mir hat der blind nicht gedrückt. Wir haben alle durch. Der Stream von Colin hat alle. Solange im Stream alle zu sehen sind, können sie machen, was sie wollen. Dann haben wir eine Ausrede. Warum? Also was heißt Ausrede? Dann müssen sie einfach liefen jetzt, wenn keiner da sind. Das ist so. Beziehungsweise müssen wir uns erst ein Matchup schreiben. Tatsächlich.